Willkommen zurück. Jetzt zeige ich euch, wie ihr euren ersten Clip clippen könnt. Öffnet euren Browser oder einen neuen Tab und geht zu irgendeiner Website. Hier benutze ich als Beispiel Amazon und suche nach einer Geschenkidee für meinen Vater. Hier ist zum Beispiel der Amazon Kindle. Der könnte ihn interessieren. Also klicke ich auf den Clip-Button in der Lesezeichenleiste meines Browsers. Ein Fenster öffnet sich, suche ein Bild und ein Clip-Wort aus. Dieses Clip-Wort, Geschenke für die Familie, ist momentan nur für mich sichtbar, was so wichtig ist, weil es niemand anders sehen soll. Ich klicke auf Clip und das war's auch schon. Ich bin fertig und habe meinen ersten Clip. So einfach ist es.